Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 42.900 US-Dollar. Der Flash-Crash liegt hinter uns, der gestern hier stattgefunden hat. Es ging kurzzeitig Richtung minus 11% oder einen 11%igen Abverkauf haben wir hinter uns. Was waren die Gründe darauf, wenn wir uns auf jeden Fall nochmal ein bisschen genauer eingehen? Ich habe ja gestern schon mal ein kleines Update-Video nochmal dazu gemacht gegen Nachmittag. Korrektur ist endlich vorüber. Wir haben alles so ziemlich wie möglich geresettet. Wie es jetzt weitergeht und wie wir uns jetzt weiterhin positionieren können, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Außer werfen wir wie immer nochmal einen kurzen Blick auf Gold und auf die Stockmärkte derzeit, wie es dort aussieht. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr das Ganze nachtraden wollt, könnt ihr euch gerne auch bei meiner Partnerbörse BingX registrieren. Dort könnt ihr Krypto, Stocks und Forex natürlich auch traden. So, jetzt gehen wir aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin Moment haben wir 42.900 US-Dollar. Wir sehen, es ging gestern rapide bergab. Und mit was hatte das zu tun? Nicht wegen diesem komischen Matrix-Bericht, den kein Schwein vorher jemals gesehen hat. Nein, wir hatten gestern im Frühvideo schon darüber gesprochen. Wir hatten extrem hohe Funding-Werte, für das wir in der Phase sind, wo wir noch nicht richtig in einem Bullrun drin sind. Waren die sehr, sehr hoch und mittlerweile wurde das hier alles geresettet. Ihr seht, mittlerweile die Fundings in den letzten Stunden wieder komplett normalisiert. Sogar kurzfristig bei OKX und bei CoinX, mal ganz kurz im Minus oder bei Null. Lange, lange nicht mehr so gesehen. Jetzt alles geresettet und ganz normal auf 0,01% nach unten hin. Außerdem gab es natürlich massive Liquidationen. Das haben wir ja gestern auch schon in den Telegram-Gruppen gehabt. Ich glaube, 3 Milliarden waren es ungefähr, was an Open Interest rausgespült wurden. Knapp eine Milliarde, was generell an Positionen oder an Kapital den Markt wiederum verlassen hat. Also wirklich, wirklich heftig. Und seitdem versuchen wir uns hier langsam aber sicher wieder nach oben hin zu bewegen. Was mich momentan ein bisschen so stört an dieser Bewegung, wenn wir uns mal aufs Fit-Level ziehen, das habe ich gestern schon in die Telegram-Gruppe reingepostet. Wir wurden hier schon an unserem Golden Pocket bei 43.500 US-Dollar rejected. Nicht wirklich geil, muss man ehrlicherweise sagen. So auf dem 1-Stunden- bzw. auch 4-Stunden-Timeframe gefällt mir noch nicht so wirklich. Wir haben jetzt nach oben hin und nach unten hin jeweils zwei Liquiditätszonen. Einerseits natürlich diese komplette Shorter-Fraktion, die hier oben dann komplett reingeshortet hat. Interessanterweise hatten wir ja gestern früh im Update-Video noch darüber gesprochen, dass die Funding-Rates hier frühs im Gegensatz zu 4-8 Stunden vorher extrem nach unten hingegangen sind. Also nachdem wir hier bei 0,06 waren, ging es dann schon nur auf 0,03 oder 0,04. Und genau dann, nochmal vier Stunden später, ist eben dieser Dump passiert. Also ich vermute, hier oben werden schon einige Short-Positionen liegen. Was mich nicht wundern würde, wenn wir sogar im Laufe des Tages oder im Laufe der nächsten ein, zwei Tage vielleicht nochmal hier nochmal hochgehen, in Richtung 44.000 oder 45.000, um die Shorter hier nochmal komplett zu racken, eine Doppeltop zu bilden und dann nochmal runter in Richtung 38.000 US-Dollar runterzufallen, weil hier unten dann eben auch noch unser Pivot liegt. Das ist mir nämlich gestern jetzt auch nochmal ins Auge gestochen. Also dieser S1, wo wir gestern darüber gesprochen haben, würde schon sehr, sehr gut dazu passen. Wenn wir jetzt im Laufe des Tages möglicherweise hier die Ineffizienz noch schließen, ich sage jetzt mal 44.600 und 45.000 wäre schon ganz gut, um Ineffizienzen zu schließen, um die Shorter nochmal zu racken und dann die Liquidität unten nochmal ein letztes Mal möglicherweise aufzufischen und dann erst in den Bullrun reinzugehen, weil, muss ich jetzt auch nochmal auf Vorkant zurückgreifen, ich habe diesen Business Insider Artikel oder Fox Business Artikel nicht mehr gefunden. Die SEC wird laut Fox Business ab Freitag den Antragstellern die Zulassung des Bitcoin Spot ETFs kommunizieren, die ETFs könnten dabei schon nächste Woche an den Start gehen. Also auch hier weiterhin, gestern dieser Bericht hat nichts damit zu tun. Überhaupt nicht, dass dieser Crash kam. Das war vielleicht noch ein zusätzlicher Auslöser, aber die Verkäufe haben vorher schon stattgefunden. Wir hatten riesen Open Interest, riesen Funding Gebühren und die haben zu diesem Crash eben geführt, den ich jetzt schon längeres angekündigt hatte. Jetzt ist es halt passiert. Auf jeden Fall, das ist jetzt erstmal so grob der Plan für den heutigen, vielleicht auch für den morgigen Tag. Wir haben jetzt schon wieder Donnerstag. Das heißt, wir sollten ein bisschen vorsichtig sein. Die Long Position übrigens erst einmal bei mir ausgestoppt. Ich warte jetzt erstmal noch, wie wir uns jetzt die nächsten Stunden verhalten, weil diese Wicks hier unten gefallen mir überhaupt nicht. Egal auf welchen Timeframe ich reingehe, ob es jetzt 15 Minuten Timeframe ist oder 1 Stunden Timeframe, diese Wicks sollten, vor allem mit dieser Liquidität hier unten, viel shorter Liquidität, viel Long Liquidität, sollte das früher oder später eigentlich noch abgeholt werden. Wenn wir jetzt heute nochmal auf die News gehen, haben wir ja gestern schon mal ein bisschen drauf geguckt, steht heute nicht wirklich viel an. Ganz normal die VPI-Daten in Deutschland und wir haben Einkaufsmanager-Index, Erstanträge, Folgeanträge, Arbeitslosenhilfe und das war es. Also da vielleicht mal um 14.30 Uhr nochmal gucken, vielleicht bringt das nochmal ein bisschen Bewegung rein, aber ansonsten würde ich jetzt erstmal die Füße stillhalten, ein bisschen ruhig bleiben und dann erstmal ein bisschen abwarten. Aber ansonsten gehen wir mal ganz kurz rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus? Auch hier gestern natürlich Flash-Crash gehabt, überall eigentlich Flash-Crash gehabt. Schade, dass wir hier oben nicht über diesen Preisbereich von 2474 abgeholt haben. Ging dann doch ein bisschen schneller runter, aber auch hier haben wir den Pivot vom Monat S1 perfekt bei 2068 US-Dollar erst einmal abgeholt. Keine Ahnung, was diese Long-Position hier mal sollte, aber die ist auf jeden Fall nicht abgeholt worden. Ansonsten gleiches Spiel wie bei Bitcoin. Also hier jetzt sich irgendwie richtig zu positionieren, ist eine 50-50-Angelegenheit. Wir haben nach oben hin eine Menge Short-Liquidität, die es zu füllen gibt, also vor allem hier in diesem Bereich Ineffizienz, die wir noch füllen könnten. Und nach unten hin haben wir eben auch dieses riesige Cluster, mit sehr, sehr viel Liquidität, wo sehr, sehr viel Long-Liquidität natürlich auch reingekommen ist. Das heißt, wir haben momentan einfach entweder, wir gehen nach oben oder wir gehen eben nach unten. Und da würde ich jetzt erstmal überhaupt keinen Arsch drauf verwenden, in welche Richtung wir eher gehen. Grundsätzlich tendiere ich sogar eher sogar ein bisschen nach oben hin, weil wir nach unten hin jetzt erstmal alles abgefrischt haben. Sieht man auch in der Heatmap. Und dann von mir aus danach noch einmal runter könnten, schön doppelten Boden, den Wig auffüllen. Und dann gibt ihnen komplett Bullrun-Stimmung. Das wäre eigentlich das Positivste, oder für einen längerfristigen Verlauf, wirklich das Positivste, was momentan im Markt passieren könnte. Ansonsten die wichtigen Level erreicht. Wenn wir jetzt vor allem hier jetzt noch den Pivot auch noch als Widerstand erkennen sollten, hier bei den 2250, okay, dann wird es wahrscheinlich doch eher nach unten hin erstmal gehen. Ansonsten tut sich hier, wie gesagt, erstmal auch wenig Bruch. Der Trendlinie ist jetzt auch erstmal vollzogen. Das heißt, wir können diese gelbe Linie erstmal wegmachen. Tut sich nicht mehr viel tieferes Tief, muss man aber auch dazu sagen, haben wir nicht. Nur die Trendlinie wurde gebrochen. Ein tieferes Tief, nur mit einem Wig, zählt nicht. Denn da muss schon mindestens vier Stunden oder Daily Close darunter sein. Ansonsten, was hat sich noch getan? Gold Trade läuft perfekt. Also gestern habe ich ja die Telegram-Probe noch geschrieben, wir nehmen Take Profit 1. Den lassen wir jetzt auch erstmal noch ein bisschen laufen. Stop Loss of Entry, ersten Take Profit genommen. DAX Trade, auch hier werden wir heute auf jeden Fall mal Profite nehmen. Also ich habe jetzt hier Schnauze langsam voll. Wir nehmen jetzt erstmal die Profite. Hauptsache der Trade ist ein Plus und nicht gerade wenig. Also der läuft im Nachhinein jetzt doch wieder ganz gut. Und die Stockmärkte, ja, da kommt langsam auch mal ein bisschen Bewegung rein. Also auch hier sind wir nicht mehr so ganz, ganz bullisch unterwegs. Wir kriegen die erste Korrektur rein. Shorten ist mir ehrlich gesagt noch ein bisschen zu risikoreich hier nochmal. Vielleicht fischen wir uns noch einen Markt raus. Sollten wir hier nochmal eine kleine Erholung nach oben hingehen mit einem möglichen Head & Shoulders Pattern, um dann weiter abzuverkaufen. Ziel auf jeden Fall bei den Stockmärkten. 4.600 Dollar beim S&P 500. Beim Nasdaq ungefähr auch so die Marke zwischen, ich sage es mal, 15.960 und 16.050 Punkten. Ansonsten, wie gesagt, tut sich relativ wenig. Schauen wir mal, was jetzt den Tag noch so abgeht. Wie gesagt, News-technisch steht nicht wirklich viel an. Funding ist korrigiert. Open Interest aus dem Markt gespült. Eigentlich könnte es wieder deutlich nach oben gehen. Aber warten wir erstmal ab. Ich würde euch jetzt auf jeden Fall erstmal raten, komplett Seitenlinie zu machen. Auch ganzen Altcoins. Wenn ihr irgendwas spotmäßig kaufen wollt, dann hättet ihr gestern da ein bisschen die Chancen nutzen können. Beispielsweise XRP, wo extrem abgestürzt ist. Polkadot extrem abgestürzt ist. Solche Wigs, ich kann es nicht oft genug sagen, werden früher oder später wieder gefüllt. Nutzt diese Chancen und versucht nicht, dem Markt hinterher zu rennen. So sind wir den ganzen Bullenmarkt mit am besten gefahren. Und ich glaube, so fahren wir auch jetzt immer noch am besten. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wünsche ich euch einen schönen und vor allen Dingen erfolgreichen Tag. Wir hören uns morgen, denke ich dann wieder. Ansonsten Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und ja, schönen erfolgreichen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.